die bombe war nicht weg die bombe war nicht weg ich bringe uns dann einfach raus und heißt ja auch marcel jaja jenny richtig manuel jenny richtig ich werde ja später ablösen wusste doch gar nicht in drei vier jahren hört ja monto auf und dann bin ich der zweite monto haben die hallöchen so ein löcher pöchen ich hab dich ja noch ein level das war mit also jetzt bin ich auch 49 aber heute abend ich 50 ich bin jetzt im überlegen ob ich mir den battle pass hole weil dadurch kriegst du ja so viele dinge du meinst du meinst du meinst du kinne sack war Wo ist Big Mac? Dahinten? Ah, geh weg! Hallo Lea! Einmal leer rausschmeißen hätt ich auch schon Bock irgendwie. Überleg gerade. Tschüssi! Ah, es war nicht leer. Ah! Big Mac, befest du bitte Lea nicht an? Boah, da war... Was hat Big Mac gerade gemacht? Ich hab ihn gerade... Das muss ich gleich klippen. Das ist wieder perfekt für das Video, ey. Einfach lost. Sprengt einfach... Er hat selbst den Mord begangen. Warte, ich hab dich gedacht, das ist great. Mir geht's gut. Relativ zumindest, so Corona-Umstands-mäßig. Wie geht's dir? Big Mac. Warte mal, wo bist denn du? Ah! Ich bin hinten hier, ich komm nicht voran. Mann! Oh nein, da war ich schon des Dings! Scheiße, Big Mac. Ich und Big Mac sind raus. Ah, wir müssen auch laufen, Big Mac, du Holzkopf, Edda. Was? Ach man, ja, echt mal. Lea, wo gehst du hin? Du musst nach oben, nicht nach unten, ne? Heiß Maul. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Aha, das ist gut. Musik 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 Vielen Dank.